Frohes neues Jahr, liebe Philetics-Athletin, lieber Philetics-Athlet, ich hoffe, du hast es gut gestartet und möge das Jahr 2015 wirklich das fitteste und beste Jahr deines Lebens werden. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen und ich hoffe, du hast schon einige Philetics-Workouts hinter dir. In diesem Video geht es darum, um die Philetics-Produkte dir näher zu bringen und natürlich eben auch ab Minute 3 die Philetics-Rabatte dir zu erzählen. Mittlerweile gibt es ja viele verschiedene Produkte von Philetics und da herrscht sehr viel Ungewissenheit im Moment und das klären wir heute auf. Zunächst hier die Produkte, wir haben also die Philetics-App, die ist kostenfrei und bringt einige kostenfreie Workouts sowie Exercises mit. Die Philetics-Pro-App, in der du dann eben alle Workouts und Exercises hattest für 4,99 Euro, die gibt es nicht mehr. Dann gibt es den Online-Coach, der nennt sich auch Philetics-Trainingsplan oder Training-Coach, wie auch immer. Der geht von 12,99 bis 79,99 Euro und den Ernährungs-Guide für 29,90 Euro. Wir fangen an mit dem Online-Coach und wenn du auf die Homepage www.philetics.com gehst, siehst du diese 3 Optionen zur Auswahl. Du hast also 3, 6 oder 12 Monate. Der 3-Monats-Plan, der ersetzt den bisherigen 15-Wochen-Plan, den gibt es also nicht mehr. 3 Monate kosten 34,99 Euro und das geht dann bis zu 12 Monaten, die 79,99 Euro kosten. Bei den 12 Monaten sparst du bereits 42% gegenüber dem 3-Monats-Plan, wenn du dieses Mal ausrechnest. Natürlich gibt es noch weitere Rabatte, kommen wir gleich dazu. Und in der App hast du die Möglichkeit eines In-App-Kaufs und dort hast du jetzt die Möglichkeit, auch nur einen Monat abzuschließen. Für 2,99 Euro die Woche gibt es 12,99 Euro im Monat. Also eine perfekte Gelegenheit, den Online-Coach mal auszuprobieren. Das kannst du, wie gesagt, nur in der Philetics App machen, nicht auf der Homepage www.philetics.com. So, nun kommen wir endlich zu den Rabatten. Das heißt, im ganzen Januar kannst du nochmal die Möglichkeit, 30% Rabatt auf alle Online-Coaches zu bekommen. Das heißt, du hast hier in der 12-Monats-Option zusätzlich zu den 42%, die dir gegenüber der 3-Monats-Option schon sparst, nochmal 30% on top, sprich du sparst 72%. Das ergibt also dann einen Jahrespreis für einen kompletten Online-Coach für 55,99 Euro. Und wenn du das runterrechnest auf die Woche, bezahlst du nur 1,08 Euro pro Woche. Stell dir vor, du bekommst dafür einen professionellen Online-Coach im Fitnessstudio, wenn du dafür einen Trainer dir holen willst. Der redet nicht mal mit dir. Der Training-Coach hat so viele Vorteile. Er jagt dich einfach auch ständig aus der Komfortzone raus. Er sorgt dafür, dass du möglichst verletzungsfrei die Sachen machst, indem du gute Aufwärm-Workouts zur Verfügung hast, Stretching-Optionen nach dem Training zur Verfügung hast. Und er sorgt auch für die saubere Technik. Er gibt dir sehr, sehr viele Tipps und Hinweise zusätzlich dafür, dass er dir individuell die Workouts zusammenstellt. Du tust einfach viel mehr für deinen Körper, aber auch für deinen Geist. Und das bestätigt auch Michael Fettweg, eines der für mich Vorzeigeathleten von Freeletics. Er hat in seiner ganzen Laufbahn, also seit er Freeletics macht, immer einen Online-Coach gehabt und nie ohne trainiert. Gerne könnt ihr auch ihn fragen, dass sich der Coach lohnt. Freeletics Running wird auch auf der Homepage beworben. Freeletics Running ist aber kein Extraprodukt, sondern wird kostenfrei in dem Online-Coach mitgeliefert. Dort stehen Sprintdistanzen von 40 Metern bis hin zur kompletten Marathon-Distanz von 42 Kilometern zur Verfügung. Und du wirst durch Freeletics Running viel schneller laufen. Ja, es gibt noch die Freeletics App, wie schon angesprochen. Die heißt Freeletics Extreme Fitness. Es gibt also keine Pro-App mehr, sondern nur noch die Freeletics App. Die ist kostenfrei. Sie bringt 5 bis 6 kostenfreie Workouts mit, sowie über 10 Exercises und 2 Running-Distanzen. Wenn du alle Workouts, alle Exercises und alle Running-Distanzen haben möchtest, dann musst du dir den Online-Coach kaufen. Und über den Online-Coach hast du dann auch in der Freeletics App alle Workouts, alle Exercises zur Verfügung. Dann gibt es noch den Freeletics Ernährungsguide für 29,90 Euro. Aktuell bekommt ihr ihn günstiger und zwar 20%. Wie das geht, verlinke ich euch hier in der Infobox. Einfach draufklicken. Für mich lohnt sich der Ernährungsguide nicht umsonst wegen 90 Rezepten und 15 goldenen Regeln. Also auch hier habe ich ein Video dazu gemacht. Auch das verlinke ich euch unten in die Infobox. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuschauen. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles 2015. Alle deine Ziele und Wünsche sollen sich erfüllen. Arbeite hart dafür. Let's go, du Freeletics. Bis bald, euer Christian. Wenn ihr euch aktuell befindet, im Anschluss, und das ist neu in der Version 2.1, habt ihr nun hier an der Stelle einen Fortschrittsbalken, der euch quasi in Prozent anzeigt, wie weit ihr in der... Und das ist neu, das ist neu, das ist neu.